Heute kam ein schweres Paket aus Schweden, aber Qualität hat ja so sein Gewicht. Wow, voll bis oben hin. Es ist schon circa 15 Jahre her, da hatte ich eine Arbeitshose von der Firma Blacklader. Die habe ich schon fast vergessen, bis zu unserem Besuch beim Onkel Jan. Da ist mir die Firma wieder über die Füße gelaufen. Ich glaube das ist meine. Probier die auch an, ob die mir auch passt. Ein Jäckchen und ein Winterjäckchen. Knaller. Das ist ja mal geil. Ohne die vorher probiert zu haben, passt die wie angegossen. Wir können jetzt hier gucken. Ist das nicht geil. Eine Arbeitshose mit außen liegenden Taschen. Das heißt, man kann hier Nägel und Schrauben rein machen und das Ganze piekst einem nicht, wenn man sich hinsetzt. Das war auch das Geile an dem Ding. Ein Pullover. Blacklader Tasse. So geil. Working hard. Blacklader. So und jetzt kommt das allergeilste. Das ist nämlich der Grund, warum ich die Firma angeschrieben habe. Das ist das Sakko. Ich glaube, es gibt es nur von dieser Firma. Ein Sakko mit Arbeitstaschen. Knaller. Das ist die Chefjacke überhaupt. Ja, mega geil. Vielen Dank, Firma Blacklader. Der komplette Butchzettel ist erfüllt. Schicker geht fast nicht. Das Einzige, was noch fehlt, wäre, hier muss irgendwo noch ein Nobelhobel drauf. Hallo, Eddy. Kunde droht mit Arbeit. Ich habe hier so ein schönes Standpaket von Blacklader. Da hätte ich gerne Logos drauf. Ja, machen wir hier einfach der Schriftzug hochkant hin und tauschen den Strich. Eventuell daher gehen das Nobelhobel-Logo aus. Und lassen die rechte Seite komplett frei. Ja. Dann vorne. Ja, wieder eine fertig. Ja, zur Hose. Wir haben die ja jetzt schon ein paar Tage an hier. Einmal beim Amboss bauen. Dann hatten wir hier mal unser Werkzeug drinstecken die Tage. So, was ist jetzt los? Also seit der Corona-Krise sind ja die Paketzusteller auch ein bisschen komisch. Nochmal Blacklader. Wow. Monster-Sticker. Etwas kleiner. Und noch kleiner. Der kommt dann nicht dicker Woll. Einmal Banner für neben die Handwerkfahne. Sehr geil. Da sieht man der Karras hier oben auch nicht mehr. Moin Moin. Ja, hallo. Gut, dass du kommst. Fertig. Super. Freue ich mich. Anproben machen wir meine Werkstatt. Ja. Finde schön. Dankeschön. Super. Und tschüss. Und tschüss. hier, fang. Ja, geil. Passt voll gut. Ja, ich könnte das ja mal wieder nicht abwarten hier. Guckst du? Na, was lässt du hier einen auf Chef oder was? Alter. Und hier YouTube, Instagram, Facebook. Ja, krass. Dreh dich mal rum. Dein Rücken. Dreh dich mal.